Liebe YouTube-Freunde, was macht da der Bauerausche heute? Mittwochmorgen, Dienstagmorgen eben. Ich bin da wieder auf dem Biohof in Schleumen. Wir holen Saatverdruck von Sorte Agria und es geht wahnsinnig gut. Wir stellen da den Maschinenrekord auf. Da kann man bis vier Stundenkilometer fahren. Die Erde ist so schön krümmelig. Da kommt gar keine rauf. Da kommen nur Kartoffeln rauf und ein paar Steine. Es ist verrückt mit vier Stundenkilometern. Gestern haben wir den Rekord aufgestellt. In einem Tag 1,5 Hektar gerodert. Das ist recht viel für eine engreige Maschine. Wir sehen uns immer. Vielen Dank. ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018